hallo ihr lieben herzlich willkommen im alten jagdhaus sagt doch unser kleines teddybärchen es ist sommer es ist warm und viele von euch haben das problem dass die hunde bei der wärme zu wenig trinken und ich zeige euch jetzt mal einen kleinen hack ich habe hier eine pfanne mit wasser drin schön kühlen wasser nicht kalt nicht außer aus dem kühlschrank aber altes jagdhaus kalt bei mir im alten jagdhaus ist es immer recht kühl in dem alten haus wunderbar zimmer kühl und schlagsahne genau wie wir gerne eis essen und genau wie bei uns milchprodukte den körper runter kühlen ist das auch bei den hunden der fall und jetzt guck mal was passiert die haben überall wasserschalen rum zu stehen müsst ihr euch vorstellen ja natalie kam liebling und es kann sein dass man damit das problem dass man sie zu wenig trinken relativ schnell löst jetzt sagen einige hunde dürfen keine milchprodukte haben ich habe noch nie schlechte erfahrungen damit gemacht dass die milchprodukte gekriegt haben bei mir dürfen die auch joghurt schlabbern schönen griechischen zehnprozentigen fetten joghurt ab und zu mal so ein kleines teelöffelchen bei mir kriegen ja auch käse ab und zu mal ins das lieben die und wenn es zu heiß ist kriegen sie ab und zu mal schön kühlen milchshake wir dürfen eis essen und die hundis kriegen schönes kühles wasser mit sahne drin und schon trinken sie ich mache das so macht ihr das wie ihr es für richtig haltet ich wollte euch das nur mitteilen falls ihr das problem habt klein schuss sahne ins wasser oder auch mal größeren und schon funktioniert ganz liebe grüße